Die neue Schülerprüfung TELC English A2B1 From School to Job stellt den Berufsbezug der Sprachhandlungen in den Mittelpunkt und orientiert sich an der Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern, die kurz vor der Ausbildung stehen. From School to Job erweitert die bewährten Aufgabentypen um Inhalte, die spezifisch für das digitale Testformat entwickelt wurden. Das Konzept der Prüfung basiert auf einem handlungsorientierten Ansatz, wie bei dieser Aufgabe zu sehen ist. Die Lernenden hören eine Nachricht auf der Mailbox ab und müssen den Weg zu Bekannten finden. Für die meisten Jugendlichen ist die Kommunikation über das Smartphone fester Bestandteil ihres Alltags, worauf die Prüfung mit authentischen Aufgaben eingeht. Egal ob Mode, Lifestyle oder Lernen, Jugendliche nutzen Videotutorials auf unterschiedlichste Weise. Die TELC Prüfung From School to Job greift dies auf, um nah am Leben der Jugendlichen zu sein. Hi, my name is Jamie and I'm going to share some tips to help you make a good impression on the first day of your new job or apprenticeship. These five simple rules will help you. Durch die berufsbezogenen Inhalte und die Durchführung der Prüfung am Computer geht From School to Job bestens auf die anstehenden Anforderungen in der Ausbildung ein. Für Lehrende ist die Prüfung eine optimale Ergänzung für den Englischunterricht und für die Schülerinnen und Schüler ist das Zertifikat ein echter Pluspunkt für ihre Bewerbungen. TELC English A2B1 from School to Job für den erfolgreichen Start in den Beruf.